ich muss ganz kurz kommen wie viel samen rauskommen gleich doch hier mal wieder melden und sowas machen wir hier einen ganz kurzen platz und gleichwerter bis gleich so morgen freunde und ein herzliches willkommen zu heute war ein bisschen losstackseln indem wir ja ich kurz mal die in dem man blödsinn baut genau zwischenstellt und viel zu wenig platz hat nicht mehr weg wie mache ich das mit dem holz noch mal wir haben keine essen keine essen ist der falsche tisch die säge brauchst die andere was auch hier habe ich hier drin fliesen lächerei wo soll das hin das ist das hier auf jeden fall zum holz bauen die fließen läger station ja ja genau so also ich habe 88 karotten weil die wand kann ja bleiben oder ja ach nee normalerweise müsste da auch eine zwischenwand muss nicht nur zu sparen ein bisschen platz genau okay was brauche ich erstmal muss ich die anderen sachen wieder runter du hast gesagt ich brauche den lack das brauche ich noch den lack leber die kleber und holz bauholz ist in der kiste neben dran muss ich das jetzt machen die sachen ach rechts davon hinstellen genau und wie viel muss ich jetzt machen ja wie viel brauchst du kannst also es wird weiß 20 also noch hast du achten stütz machen die sachen erst mal wieder hier 195 habe ich gemacht ja da geht auch einiges an zeit drauf auch bei links hier bei stadt das geht auch nicht dahin wo ich das hinhaben möchte ja das geht immer woanders hin ja So. Wollen wir mal gucken, wieviel wir hier haben. Goldene Tomate, nice. Goldene Tomate, 169 Kartoffeln. Goldene Tomate, 169 Kartoffeln. Goldene Tomate, 169 Kartoffeln. Ist das gleichmäßig? Ne, auch nicht. Hä? Hä? Ja. Brauchen wir in der Werkstation überhaupt Fenster? Ja. Oh, scheiße. Hallo. Mein Holz einfach da draußen hinbau. Warte? 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 Ich hab hier was. Ein kleines technisches Problem. Okay. Ich hab mal die Karotten rausgepackt. Okay. Soll ich nicht reagen ziehen? Ich kann nur Karotten nehmen. Okay. Oh, die haben kein Futter mehr. Mhm. Wie cool. Wie cool? Wie cool? Der Töter ist sehr schön. Das ist der Töter. Töter, 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 Töter ... Töter, Töter ... Töter ... Töter ... Töter ... Wir müssen das unbedingt noch rausfinden mit den Spielsachen. Richtig. Und den Spielsachen für die Tiere und so. Ja, das ist der Fall noch schon raus. Oh, ich hab den Kuhfladen verloren. Upsa. 29. So, was wollte ich jetzt gucken wegen... Ah, ein Naturholzblock wäre das gewesen. Ähm, wo ich den Rahmen gemacht hab. Oh. Mhm. Aber ich guck jetzt was anderes. Das muss ich auch bei Alice gucken. Ja, ich bin nicht so groß geworden. Ja. 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 Die Warburg. Ja. Ja. das wird verkauft, das wird verkauft, das wird verkauft, das nicht, das nicht, die Samen auch nicht. Ja. Na, Hundi? Hundi! Du willst mir jetzt nicht sagen, dass die mit dem Jadeflat das Dach gebaut haben? Ja. Wieso? Ach, Jade Stride, Jade Stride Upside Down und Jade Stride, ah, okay, damit haben sie wahrscheinlich, und, oder Jade Full, damit haben sie wahrscheinlich das Dach gebaut, ne? Ist das so teuer? Das Jadeflat, fünf Stück 50 und Jade Stride, auch fünf Stück 50. Okay. So, schnell mal, drauf gehen. Also pass mal bitte auf, wenn du irgendwo einen Schraubenschlüssel auf dem Boden findest. Da gehört dann Alice. Okay, dann hol ich mal. Sie hat ihn verloren, sagt sie zu mir. So. Ach, ja. Ich glaube, ich habe jetzt davon viel zu viele gekauft, aber kann ich ja wieder verkaufen. Muss ich erst mal gucken, ob das überhaupt geht. Dann. So. Wie komme ich jetzt von da drüben, oben aufs Dach, am besten? Hm. Ich baue mir mal. Ich war das nicht. Ich glaube, das ist sogar das Falsche, was ich gekauft habe. Okay. Oh, ja. Kaut in den Saal. Ich habe was vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Baum zu bewässern. Ich habe ihn gestern nicht bewässert. Apfelbaum, ich komme. Warte. Halt durch. Gibt gleich Wasser. Ich glaube, ich habe die falschen Dinger gekauft. Okay. Wie so ein Treppenelement. Habe ich gerade bewässert schon. Ach so. Mal gucken, ich habe nämlich die gekauft. Schau mal. Ja, das sind die. Die sehen genauso aus. Hier unten ist der, der so ein Slap mit dran gebaut worden. Ah, okay. Äh, wie machst du das? Ich komme da gar nicht hoch. Ich gehe auf den Zaun oder hoch? Ich schaffe das nicht. Die ist hoch. Juhu. Ah. Aber ich kann das nur so dran bauen. Ja, dann müsste jetzt eigentlich eine hier unten noch dran sein. Ah, du hast einen Holzrahmen oben drauf. Du hast, guck mal, du hast da noch einen Holzrahmen drauf. Siehst du es? Ah, okay. Das ist Light Green Station, ist das. Toll. Das heißt, ich muss den hier so oben drauf machen, oder was? Genau. Genau. Und dann kommt der da außen dran, das Dach. Das ist das, ich muss den hier so oben drauf machen. Oh, umgekippt. Wahrscheinlich bin ich auf dem Dach bauen, oder? Wahrscheinlich bin ich auf dem Dach bauen, oder? Nee, unten. Hanisch hat dir ein Geschenk mitgebracht. Oh. Oh, ne, goldene Karotte. Äh. Cool. Ja, dann geht das in vorne, oder was bewässern. Ach, und dann fehlt mir noch die Ecke, wahrscheinlich irgendwie, ne? Mhm. Wie war das toll? Der Mann kümmert sich um den Garten und die Frau baut das Haus. Ja, sowas muss sein. Und die Tiere kochen. Das will wieder nicht so, wie die Tiere. Jetzt. Jetzt. So, der Anfang ist gemacht vom Dach. Super. Oh, ich bin voll stolz auf den Anbau. Schleim ausrutschbar. Ja, immerhin. Jetzt können wir dann gut irgendwann die nächsten Sachen angriffen nehmen, weißt du? Wie, dass du ein Haus bauen von den anderen? Hm. Achso, ich kann ja von außen drauf, hast du gesagt, ne? Mhm. Äh, hoppa. Oh. Äh, hoppa. Yay. Oh, der Baum wächst. Herrlich. Oh, falsch. Das ist aber jetzt falsch hier. Äh, irgendwas stimmt da nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich pflück gerade die Kuchen. Ach, ja. Stimmt. Jetzt weiß ich, was nicht stimmt. Hey, kommst du her, du Stück Dach? Woppa. Woppa. Haps. Ich bin zu voll. Hopp. Yay. Jetzt hat's geklappt. Ich brauche noch so Eckstücke irgendwie. Oh, da baut sich das automatisch als Eck hin. Ah. Wegefalt. Muss ich mal gucken. Ja, das baut sich automatisch so hin. Haha. Geil. Aber jetzt haben wir hier ein Problem. Okay. Mit dem Übergang. Nein. Oh, schon wieder abgefallen. Hi. Hi. Kommst du mal mit drauf? Ich muss mich einladen und ich kotze um die Kühe kümmern. Mach das. Ach so, Sau, wenn wir drüben stehen. Nein. Da doch nicht. Mann, jo. Was macht denn das scheiß Ding? Geh bei dir. Jo, jo. So, ich bin oben. Ich baue nur mal lieber wieder ab als auf. Ach so. Ja, jetzt musst du hier oben, musst du halt Slaps holen, ne? Ich muss nochmal... Ich gucke hier oben kurz rein, ja. Da ist ein Boden auf jeden Fall drauf. Ein Dach unten runter. Ein weißes, was wir von unten her sehen. Und dann sind hier drauf Light Green Full. Also volle Bauteile. Warte. Wieso Slaps holen? Also du musst... Das braune... Musst du komplett ausfüllen. Ohne halt... Komplette... Das sind komplette Mauerteile hier. Die Ecke hier. Das Dach. Hast du davon noch genügend da? 14 Stück, 13. Ah, ich glaube, wir können ja welche machen auch hier. Oh, wir haben kein Bauchholz mehr? Doch. Doch, das habe ich wieder in die Küste geparkt. Ah ja, okay, sehe ich. Ja, ich habe die Zahl nicht gesehen. 504. Kleber. Also für das braune Holz brauchst du nur Kleber. Das... Und Bauholz. Okay. Aber, guck mal. Komm mal mit rauf. Warte, ich verliebe. Wie machen wir jetzt... Wie machen wir jetzt hier die Verbindung? Die Ecke raus? Die Ecke raushauen und verbinden, oder? Ja. Genau, dann schön verbinden. Alles gerade aufstellen halt. Dass es gerade durchgeht. Nein. Ich gehe mal mit melken. Mit melken. Ein Ei. Ein frisches Ei. Scheiße. So viel Scheiße. Scheiße. So viel Scheiße. Ähm. Soll ich sonst das Dunkle raushauen wieder? Und das Helle nehmen, was ich habe? Für die Decke oben. Was machen wir? Dass wir den Raum schön hell haben, weil wir müssen sowieso noch eine Lampe dann an die Decke hauen. Äh, bauen. Nicht hauen. Kannst du gerne machen, mein Schatz. Weil da habe ich nämlich gerade noch 117 bei mir im Inventar. So, die heute hier. Oh, ich glaube, das ist wieder zu hoch. So, ich habe jetzt noch ein paar Minuten. Also, ich gehe dir das nur ein bisschen. So, ich gehe dir das auch ein bisschen. So, ich gehe dir das noch. Oh, ich gehe dir das mal. Oh, ich gehe dir das noch. Was. So, ich gehe dir das noch. Ich habe den Weg. es wird aber ganz schön dunkel ohne fenster und ohne lampe oder kerzen den gibt es ja auch oder sowas ja oh ja 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 Hier unten. Genau. Das brauche ich nicht. Der Hammer ist auf der 3. Der Hammer ist auf der 3. Da gibt es auch Schilder, die man aufstellen kann. Ich brauche gleich noch mal irgendwie. Wie Schilder? Inwiefern meinst du Schilder? Also Schilder aufstellen im Bezug auf, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt das Zeug, das ist jetzt das Zeug. Ne, ich glaube noch nicht. Sonst findest du auch einen Raum da hinten drin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15er Reihen haben wir also. Okay, cool. Du, die Slaps unten dran haue ich weg. Ja, mach das. Mir gefällt das nicht, wenn das so tief ist. Das Dach. Ääääh. Bin teiggefallen. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Oder wie war das? Okay. 12 haben wir, ne? Ja. 12. Also der zwölfte Tag. Ich seh das grad so nicht. Ich hab schon gesehen. Sommer 12, meinst du? Das da? Genau. Achso. Nee, weil wenn ich die ringsherum weghaue, dann spare ich mir das Kaufen für das andere Dach oben. Mhm. Ist zwar hell und dunkel, ist zwar scheiße ein bisschen, aber... Dann wohnen wir in der Villa Kunterbund. Joa. Ey! Wow! Das hat... Das... Äh, Schatz, ich hab ein Problem. Mhm. Hier zwischen die Pflanzen ist mir so ein Holzstück gefallen. Ach, die Pflanzen weg. Geht nicht. Ja, warte, ich hol's rein. Scheiße. Weil das voll auf dem Holz abgeprallt ist und dann ist das bis rüber. Geht. Oh, ich hab Würde. Da ist ein Problem. Ja, ne. Ach, Scheiße, irgendwie kippt. Ich hoffe, das Holz ist noch da. Es regnet schon mal gut.